...zugeguckt. Gestern Abend feierte Nana Muscuri in Berlin in einem Konzert ihren Song Weiße Rosen aus Athen. Also ein echter Klassiker. Aber was macht eine Sängerin und ihren Schlager so gut, dass er 50 Jahre erfolgreich bleibt? Nana Muscuri sang ihn 1961. Es war der kalte Krieg, die Menschen brauchten Herz, Schmerz und der Song erzählte vom fernen Griechenland. Und irgendwie passt das doch noch heute. Rosen fürs Euro geplagte Athen. Ich habe noch eine Koffe in Berlin. Einer griechischen Göttin gleich steht Nana Muscuri auf der Bühne der Berliner Philharmonie. Sie singt für ihre Fans, die ihr seit 50 Jahren die Treue halten, seit sie mit Weiße Rosen aus Athen hier den Durchbruch schaffte. Eigentlich war 2008 Schluss mit Konzerttourneen, doch für dieses Jubiläum kommt sie wieder. Ich wollte wirklich kommen zurück. Ach, dieses Mikrofon. Drei Jahre ist zu viel, ich habe vergessen, wie das geht. Dieses Lied macht Nana Muscuri weltberühmt. 50 Jahre ist das her. Die singende Sekretärin, wie sie manchmal wegen ihrer auffälligen Brille genannt wird, kann aber mehr als nur Schlager. Sie singt Jazzstandards. Und Folklore wird ein internationaler Star. 250 Millionen verkaufte Tonträger, Lieder in elf Sprachen. In Deutschland sind es aber vor allem die Weißen Rosen, die bleiben. Ich liebe das Lied, wie es ist. Und wenn das Publikum ein Lied mag, ich vergesse, dass ich es schlage. Weil für mich, es gibt nicht Bad Musik, es gibt immer gute Musik. Und ich war sehr ehrlich, wenn ich singe meine Weißen Rosen, wie wenn ich singe eine sehr intellektuell und schwierige Text. Ihre Heimat, Griechenland. Damals ein Sehnsuchtsort, der den Mythos von Sonne und Freiheit verkörperte. Die Probleme, die das Land seit der Finanzkrise hat, machen der heute 77-Jährige zu schaffen. Sie will den Menschen dort Mut machen, auf ihre Art, mit griechischen Volksliedern, die sie unter anderem mit ihrer Tochter Lenu singt. Seit ihrer Zeit als Europaabgeordnete hat sie mit Parteipolitik aber abgeschlossen. Ich finde manchmal, dass es nicht so viel Gerechtigkeit gibt. Und ich finde auch, dass die Probleme, die wir haben in Griechenland heute, sind gekommen von unseren politischen Menschen, den Parteien und Regierungen, dass sie nicht gut gearbeitet haben. Die Fans in der Philharmonie an diesem Abend schwelgen aber vor allem in der Vergangenheit. Und dann endlich, ganz zum Schluss, singt sie das Lied, die Weißen Rosen, fast wie damals. Die Freundschaft, das ich habe in dieser Zeit gefunden, hat geblieben. Ist so ehrlich, so treu. Deutschland für mich ist mein nächstes Mal nach Griechenland. Wenn es nach uns geht, kann sie ruhig nochmal wiederkommen. Wenn es nach uns geht, kann sie ruhig nochmal wiederkommen. Weiße Rosen aus und für Athen, eine schöne Motapher, damit schließen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.